Ja, mein Name ist Dr. Zeyer, ich bin der Fraktionsvorsitzende der Freien Wähler hier am Wisslocher Gemeinderat und bin froh und erleichtert, dass unsere Oberbürgermeisterwahl ein deutliches Ergebnis gebracht hat. Wir hatten zwei gute Kandidaten, zwischen denen wir wählen konnten und die Demokratie hat in diesem Fall gesiegt. Vielen Dank.